So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Starve Together mit Julia Trin, mit Nina, mit Alphir, mit Dich, Nazdich und mit Andrena. Hallo. Hallo. Hi. Können wir noch mal so einen zweiten Cockpot bauen? Ich hätte da einen Hut für Julia. Nehme ich jetzt wieder? Nein, steht noch nicht. Kann ich mal gucken, wie man den macht. Ich schau mal. Ja, das wäre nett. Mit Kohle. Ich habe fünf Kohle. Ich habe irgendeine Krise gerade Kohle gepackt. Ich nutze den jetzt gerade mal, weil jetzt habe ich gerade hier. Oh, sind wir hübsch. Das sieht so cool aus. Saya, willst du die Kohle haben? Ne, mach nur. Hände. Kochen. Hände, oh nö. Um Himmel. Nicht schon wieder die blöden Hände. Weg hier. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Waffe und nö, Stoff. Wollte ich keine Waffe? Oh Gott. Hilfe! Verscheuigt sie. Tötet sie. Vielleicht werden die aber von den Leichen am Nutzung. So. Kann ich sagen, die machen die Leichen schon kaputt. Guck. Aber wir müssen uns echt was einfallen lassen, wie wir die Leichen losbekommen. Ja, Hammer. Hammer neben draufhauen. Ich habe sie doch gerade kaputt. Habe ich doch gerade gesagt. Das ist ja cool. Ich habe dir aber gar nicht zugehört. Ja, das ist ja nichts Neues. Das ist ja nicht schlecht, Julia. Das ist ganz schlecht. Ich sammel die Zähne ein. Nein, nein, nicht aus Neuerhaun. Ich weiß nicht, wo Bayer Kohle reingelegt hat. Ich gehe da mal zu den Puppen. Nee, ich habe es noch nie großen Spruch. Ich habe es noch nie vier Spruch. Ich nehme, komm her. Also, wenn ich das einfallen. Dann kolejne Empfehle. Wenn ich jetzt schon mal die vier Projekte schieben, bin ich das in die Verwärtsstimme. Ich gebe dir mal die vier Projekte. Sie geht es in die die Verwärtsstimme. Ich gebe dir mal die vier Projekte. Ich gebe dir mal die vier Projekte. Ja, ich gebe dir die Vier Projekte. ich habe nichts mehr zu uns fehlt noch kohle leider ich habe angst da oben liegt ja auch noch ein wofür die nämlich doch nicht hauen wofür die weg hier noch mal fisch ihn ach da gibt es den kompass was willst du mit dem kompass der milestone was soll der bringen wenn du die waffe einfach weg legt dann kannst du die nicht angreifen mit der ich habe hier mit jedem platz ich hätte mir vielleicht demnächst mal nochmals was für den rucksack machen es verdammt die nun waren rucksack gleich noch mal drin zur beurte glaube ich so weit du kannst übrigens zu zählen mit dem multiplayer aber nicht ich habe hier noch eine spitze über will die jemand haben um ich habe noch aber ich muss mal mit ja schon wieder hundert Dankeschön ich sammle mir ganz ein Bonscharts ein Axt über mit 35 Prozent ich sammle mir ganz ein Bonscharts hier ein ob ich mir irgendwas was ich hier reinpacken kann zum Essen ja ich freue mich schon voll viele Trüge von Kontrollen die Profis töten die Schmetterlinge die sind echt krass drauf koch mir ich koch mir jetzt ein Schmetterling was das habe ich mir auch überlegt das werde ich jetzt nochmal ausprobieren das geht nicht du kannst ein Schmetterling kochen doch im Crop Pot vielleicht das kann sein das habe ich noch nicht probiert im Feuer leider nicht nein wäre ja auch etwas unlogisch wieso ein Schmetterling im Feuer zu prüsten also bitte ach quatsch war Hunger wie funktioniert das mit dem Pupu dann muss ich dann einfach die nur zu den Büschen hintragen Flint Kiste ist voll genau vornehmen und dann mit links klick drüber also die muss ich nicht weiterverarbeiten ok Flint und Rocks ne ich wollte ja was aber es ist aber ziemlich krass wie oft die hier scheißen ja ich weiß dass du rummlich bist hier auch top-deck-deck-werden was hab ich denn da gemacht ein 13 Stück Cut Grass ein Butter Muffin ich hab ein Butter Muffin äh Muffin gemacht boah diese Kisten die drehen mich auch ich finde nicht das was ich brauche ich hab hier gefunden ja haben wir schon keine Kisten die sind ja nicht beschriften oh Gears ist wichtig ja ja und Rina dreht wieder durch neben dir was und jemand hat die Farm schon wieder nicht gepflanzt oh ich bin gestorben nein nein geht jetzt so schnell wenn man so wenig Leben hat ja Butter brauchen wir einen Red Gem Red Gem einen roben Kristall ich klicke jetzt einfach zwölf jetzt muss man eben gucken wie man hier so ein Zelt baut was man dafür braucht war ja unter welcher Rubrik war das sind das Survival oder was glaub ja Web heb auf Mädel heb auf wo ist ein Gears ach da sind Gears wir haben schon vier Gears äh jetzt haben wir fünf äh ach ne das eine war kein Regenschirm das war ein Sonnenschirm Cracky Parasol ok ok ich glaub das reicht jetzt erstmal dann geh ich jetzt mal zurück und bringe es heim und dann werde ich vielleicht demnächst mal nochmal ein paar Büsche suchen und wieder neue pflanzen das sollte jetzt erstmal reichen piggyback gehen die denn hin wo haben wir den Gras und noch da ist Gras so ey rauch mal das Gras zusammen Mensch es wird doch schlecht äh die haben Spinnennetze die sind aber auch Spinnennetze ich hab fünf ist nicht in deiner Kiste noch 1 oder irgendwo aber erstmal muss ich noch Seile machen NEIN-Seil war auch noch in einer GRDER ich geb dir noch 5 mit GRAS glaube ich ja richtig 才 cool gröscht rum euch sollt was essen schon wieder so dannutos auf unsere Farben das hier sind die einzelnen lasse ich mal unter welcher Rubrik war das nochmal mit den Seilen das funktioniert ja wunderbar bekommt man von den großen büschen eigentlich mehr wieder ich glaube fast nicht sie einfach die schauen einfach nur anders aus so kann jetzt auch gleich mal dünge immer noch kein zeltbaum was fehlt mir denn noch ein spielnetz fehlt mir noch ich hab noch ganz ab schon wenn wir eigentlich schon aus dem volumen nein leider nicht dazu hingelegt hoffe dass sich was gut hier bei dem untergrund aber ich glaube nicht schon hier habe ich noch verdorbenes zeugs auch noch benutzen habe ich bin dieser wird schnader fällt glaube ich kann man nicht kochen alles grün genau das nächste was ich mache ist eben noch weiß dass solche beschlüsse ein bisschen war da wird das hirn gut womit schlafen wird das hirn besser einfach da rein gehen und ja ich hab noch was ich hab noch was in dem hier in den ja aber ich brauche nämlich was zu essen ja ich liege da mal ein red cap rein so bitteschön dann habe ich gerade auch noch ein ratatouille glaube ich noch oder ne habe ich schon aufgegessen ich stehe hier unten beim unteren feuer das war ich hier ich habe noch einen red cap den lege ich da auch mal rein dann kann hier noch einer mit kochen aber hunger hast du trotzdem du kriegst dadurch hunger ja ich gehe da auch wieder zeug einsammeln ja ich bereite weiterhin zuvor damit was ist dass ich es leichter haben mit essen die die, die die ja weg hat nichts bin ich denn gestorben das seil oder da da bekannst du bist du dir denn wirklich habe ich das noch was ich kochen könnte ich ca zu Ist ja eher so um geistige Gesundheit und so. Also ich hätte noch drei Wehren. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Natze, ist nix in der Farm? Natze, ich packe mal drei Wehren in den untern Kochtopf rein. Oh nee, das ist aber noch nicht fertig in der Farm. Wer Hunger hat, die Monsterlasagne ist halb am vergammeln. In der Kiste. Ja, aber die tut weh. Weiß ich nicht. Ja doch. Die tut glaube ich auch weh und so. Aber wir haben doch auch selbst. Da kommt man ja gar nicht gegen an. Ich krieg den Hasen nicht, Mist. So, dann mach ich jetzt mal. Geh ich nochmal Pukus sammeln oder geh ich da los? So, jetzt aber. Das packt ihr mal so. Das kann ich ja nicht reinpacken. Geh mal ein bisschen erkunden. Ich glaube ich geh nochmal Pukus sammeln und unterwegs nehm ich Püsche. Das ist ein guter Plan. Ich geh jetzt durchs Wurmloch und dann such ich mir irgendwo Bären. Ja, ich bin auch gerade dabei hier im Wurmloch was zu suchen. Geh mal bitte was sammeln zu essen, weil ich Hunger hab. Ja, bleib mal stehen. Also ich bin vom Wurmloch aus nach Westen gegangen. Zum Essen sammeln. Vielleicht gehst du woanders hin. Ne, ich sammle dir jetzt eins weg. Ja, ich bin schon weiter vorne von daher. Das ist schlau. Bleib mal stehen. Ach, hast du was zu essen? Ja, ich hab dich einmal gefüttert und einmal hab ich dir was hingelegt, genau. Danke, dann lass uns was suchen. Tannenzapfeln, das sind Tannenzapfeln. Oh oh. Wo willst du hin? Wurmloch oder was? Ja, Wurmloch. Gut. Und dann geh ich nochmal Pukus sammeln. Und ja. Berry Bush. Oh, was. Ja. Das muss ich jetzt mit meiner Abigail Flower machen. Muss ich die einfach hinlegen, nachts oder tagsüber? Ich weiß das gar nicht. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ah, so war das. Stimmt. Und das sind, stimmt war das, sind die Büffel gestorben. Hör auf, hör zu lecken, bitte. Pils, 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 ich hab Pils gefunden. Hör auf zu lecken. Danke. Ich hab Pupu gefunden. Nice. Karotte. Hör das jetzt mal auf, bitte. Ich würd mal gerne in die Richtung gehen. Danke, Spiel. Ich würd gern mal Karotte einsammeln, danke. Aber die tanzt so geil, wenn das leckt. Ja, wie geil ist so. Wie ist denn jetzt jemand anfangen zu singen? Oh, das Lagerfeuerlid oder was? Ja, vielleicht. Ach Gott. Oh Mann, ey, hallo. Das ist, glaube ich, wenn wir wirklich hier in dem Wurmloch sind. Ich hab noch ein Wurmloch gefunden. Nee, vorhin hat's ja auch nicht geleckt. Hast du noch ein Wurmloch gefunden? Ja, ich bin grad ganz weit runtergegangen zu so einer Steinlandschaft. Weil ich schiebe das daran, dass ich durchs Wurmloch gegangen bin. So. Ich bin ja ganz anders. Ach, der Wut verliert an, 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 an Gedönseln, solange man hier steht. Okay, verstehe. Oh Mann, das macht doch gar keinen Spaß. Jetzt kommen mir die Füße, du Scheiß. Was auch immer. So, ich dropp jetzt mal meine Abigail und hoffe, dass die Büffel hier in der Zeit einen Schmetterling Darf ich jetzt mal laufen? Danke. Seid mal nicht so zickig. Ja, das sagst du so einfach. Ja. Oh, eine Zahnfalle. Eine Tooth Trap. Oh, eine Tooth Trap. Was denn? Ich nehm mal hier Bischö mit. Ich hab hier ganz viele Mushrooms gefunden. Und Blumen. Jetzt kann hier nicht kochen. Hallo Schaufel, Halle. Boah, ist der Hölle. Jetzt komm, Server, krieg dich ein, bitte. Boah, da sind wir hier, ich hab auch noch einen Wurmloch gefunden. Oh Gott. Lass mich weg. 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 Oh nein, das war ein schlecht Plan, dass ich die da hinlege, wo, ach nö, wo die Büffel was töten, weil dadurch ist Abigail gespawnt und ist anschließend von dem Büffel wieder getötet worden. Das ist echt ungünstig. Aber schade, der Plan wäre gut gewesen. Okay, wo bin ich angekommen? Wow, das ist ja geil. Es wird Nacht, wir sollten uns auf den Rückweg machen, solange es leckt. Ja, genau. Ich hab jetzt gerade noch ein neues Wurmloch gefunden, das auch gar nicht so weit weg ist von uns. Oh Mann, ey, ich will nach Hause laufen und nicht wild in der Weltgeschichte rumlaufen. Hallo. Ich werde einen Zwischenrast machen. Hier ist irgendwo das Wurmloch. Ach, da liegt noch Pupu. Wenn die keinen roten Arsch haben, kann ich mir das Pupu holen, oder? Ja, dann kannst du ganz normal an denen vorbeigehen, aber als kleiner Tipp die Waffe, also die Axt, nicht ausrüsten. Aber ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Aber das geht auch. Oh, der hat nen Popu Arsch. Geh ich lieber. Na komm, nimm das mit jetzt hier. Nimm den Popu auch. Kann man mal einen schönen langen roten Arsch. Ja. So ist nicht so lang. Das ist schon krass. Oh, hier ist was zu ernten. Oh, ich hab irgendwas gegessen, was nicht gut war. Oh, oh. Aber schuld. Das ist wie damals bei Forest. Faules Fleisch isst man nicht. Nein, ich hab irgendwie so nen Eggplant gegessen und gegessen. Oh, die Legs nerven. Hör mal auf jetzt hier. Ja, das nervt gewaltig. Da muss jemand anders den Server machen. Was hast du denn bei dir? Nix. Guckst du nebenbei Pornos oder was ist los? Nein. Hallo, ich will nach Hause und nebenbei noch einsammeln. Soll ich den Hammer jetzt weggeschmissen oder was war das? Komm schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh, oh. Was ist das denn? Bin kurz vorm Wurmloch. Gucken. Und ich jumpe. Ja, bin drin. Okay, wo ist das? Wo ist das Zuhause? Da ist zu... Ach du Scheiße, okay. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Guck. Ach so, ne, die Samen brauche ich ja. Ich würd jetzt gern wie ein Fallout gerne Schnellreise machen. Das kannst du vergessen. Ich hör schon manchmal echt hilfreich. Ja. Oh, ich bin zuhause. Gott sei Dank, ey. Wodenfloring machen. Weiß das einer? Keine Ahnung. Das ist Fußboden. Du kannst dann quasi Fußboden verlegen. Du musst so viel ich weiß. Du kannst den Gras oder Sandboden wegmachen mit dieser komischen Pickfloor-Dingsbums. Und dann kannst du den verlegen. Ah. So, ich koch mir erst mal was zu essen. Oh, richtig schön viel. Ja, ich hab was reingepackt. Ja, ich hab jetzt den andermal... Ja, ich hab den jetzt grad voll gemacht. Ich koch jetzt einfach mal was. Ich hab eine ganze Menge Essen gefunden gerade. Ich raum dir gleich mal ganz liebevoll rein. Jetzt mach mal ganz viel Holz dann rein. Ah, das Zelt ist weg. Das Zelt ist weg. Ah, das Zelt ist weg. Vielleicht kann man das... Du, der hat das Zelt kaputt gemacht. Ja, ich hab da drin geklappt und bin ich wieder rausgegangen, aber ist weg. Ja. Das ist ein Einmalzelt. Kann man ein neues bauen? Ja, Mann, ja. Aber das Zelt auch nur einmal. Ja, gut. Dann bauen wir noch ein neues. Wow. Das ist ja doof. Auf die Stäbchen. Oh, es wird dunkel. Ach, echt? Ja. Na, gleich richtig, mein ich. Das ist ja... Das ist ja... ...doof mit dem Zelt. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, schon wieder? Geht's schon wieder, hallo? Ich bleib hier unten. Okay, dann bin ich oben. Der ist denn jetzt irre? Ich kann's nicht sagen. Die meinen Hörn ist voll. Meinen ist auch voll. Meinen ist auch voll. Meinen ist bei 114 sogar. Meinen ist bei 121 sogar. Meinen ist bei 121. Ein paar Mann gestorbener gibt es. Wunderzeit sein. Wusch, was kann man jetzt mit diesen scheiß Gelogenfiguren machen? Oh. Na, Tag. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na, super. Ich hab schon wieder ein Bad. Aha. Nicht mehr. Interessiert. Hm. Ja, wie mach ich das denn jetzt? Du kannst den Kochtopf ausleihen. Also heute war ich nicht so produktiv, was Essen an ging. Ah. Ne, ich hab ne ganze Menge. Wenn du was brauchst, kann ich dir was geben? Mhm. Ich hab auch noch was grad. Ich mach mal Marmelade. Ich mach mal nochmal Zutaten in die Kiste. Beeren und... Ich ess auch grad nochmal ein Ratatouille. Leider ein Stück Fleisch. Dann können wir das hier zum Trockenen aufhängen bei mir. Oh, cool. Ne, leider nicht. Ich warte immer noch zu drauf, bis die Rasenlöcher endlich mal aufgehen. Hallo bei der Wahl. Hallo bei der Wahl. Ist ja schon ziemlich episch. Hast du mir grad mal eine Ratatouille geklaut? Ja, aber wenn du die ausschaufelst, dann sind die Rasenlöcher weg. Ich hab's dir gegeben. Ja. Ach, danke. Aber ich wollte auch was kochen. Stell dich mal nicht so an. Mach doch Marmelade. Nur damit du da was aufhängen kannst. Du machst Marmelade. Geh mal weg. Mach das. Mach das. Ich koch weiter. Gut machen. Oh, ist Paris nach oben. Was zu essen. Den hätt ich gerne. Kann man den Speer auch schleudern? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht wie. Du kannst das machen, ja? Lalalala. Lauf doch jetzt jetzt in den Schrift, scheiß alle hier rein. Also wenn du Hasenlöcher wegmachen willst, dann könntest du hier unten bei der Bärenfarm die zwei mal machen. Oh, jetzt hab ich nen Busch aus, das ist den weggebaut, verdammt. Ich hab ein Rottenfleisch, ich kann damit düngen. Mist, ich hab noch ein Ding zu essen, kann ich das da rein kommen? Dann geht er mal weg. Es regnet übrigens jetzt. Nein. Oh, ich hab hier Holz gefunden, ich glaub hier war der Biber unterwegs. Nö, ohne nicht. Ich glaub da war der Biber unterwegs. Gut. So, dann hab ich du vielleicht die Brocken aufgehängt. Gott, dann geh ich jetzt nochmal was sammeln. Oder mal eine neue Achse. Dann ist das Gas hier. So, ähm, refine. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir hauptsächlich hier drüben sind. Leck's nicht so. Oh. Wo seid? Wenn wir alle... Ach Gott, fängt's doch wieder an zu lecken. Ich bin schon mal. Ah, du bist schon wieder ruhig, ne? Das bestimmt meine Sippe, weil die über Amazon und die sind. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das ist meine. Ja, das ist meine. Ja, du hast möglich, ja. Ich brauch mal ein paar... Können wir wieder ein paar Spinnen sammeln gehen? Kommt irgendwer mit? Ich bin grad nicht in der Nähe. Ich bin grad nicht in der Nähe. Ich würd noch warten bis zum nächsten Tag, oder? Leider auch nicht, sonst würde ich auch nicht kommen. Äh... Ja, denn wir haben, wenn wir nicht brauchen... Äh... Wollten wir den Fishing Rod bauen. Dann hol ich mir ein bisschen Holz hier. Und äh... Und äh... Wir sind eh am Folgenende. Bösepubbel, hör auf die Bären zu fressen. Bösepubbel, hör auf die Bären zu fressen. Bösepubbel, hör auf die Bären zu fressen, Bösepubbel. Wir sind eh am Folgenende. Sind wir? Ah, okay. 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 Bösepubbeln, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss.